Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age Origins Live aus Ostagar. Wir sind hier wieder zurückgekehrt, um die Sachen von Kaelin einzufordern, bzw. sie von der dunklen Brut wegzuschnappen und versuchen, diesen komischen Stein zu finden, der hier irgendwo markiert sein soll, offenbar, wo der geheime Schlüssel versteckt ist. Aber offenbar finde ich ihn gerade nicht. Wir müssen diese Truhe hier öffnen. Nee, finde ich. Hier muss irgendwo ein Stein sein, offenbar. Ich hoffe, dass der Stein hier irgendwo im Lager ist. Nee, hier war nie mal Bari zu Hause. Nee, klatscht da lang. Können wir hier hoch? Also hier ist nix. Ich werde es tun. Ach, hier hat man hier die Truhe, das mag ich, das habe ich doch gehabt. Zum Schlüssel. Seltsam. Oh, die dunkle Brut hat ja alles umgebaut. Da geht's in die Cocktail-Rewildness. Bespeichert, okay. Ich suche jetzt diesen blöden Stein. Hey, warte mal. Was? Eric, warte mal. Stopp, da war er doch gerade schon. Moment. Ich hab's doch gerade gesehen. Moment. Wo war das jetzt? Dort. Dort. Moment. Hier irgendwo. Ah, da. Oh Gott, fast hätte ich das übersehen. Alter. Jawohl. Nehmen. Da haben wir den Schlüssel. Jawohl. Boah, das war... Ey. Fast wäre mir der Schlüssel durch die Lappen gegangen. Hat sich nicht zu sichert nur auf die Karte geschaut. Dann können wir jetzt auch die Truhe öffnen. Geheime Briefe. Mareks Klinge. Es ist also wahr. Er hatte die Orlé davon überzeugt, gemeinsam gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Kaiserin Selin hat lediglich noch auf seine Antwort gewartet. Eine Antwort, die niemals kam und auch niemals kommen wird. Dank Loghains Verrat. Niemals ist eine sehr lange Zeit, Alistar. Geduldet euch und lasst kühlere Köpfe agieren. Eines Tages wird es Frieden zwischen uns geben. Ich hoffe, ihr lebt lange genug, um das noch mitzuerleben, Wyn. Und ich hoffe, die dunkle Brut tut das nicht. Das ist genau richtig. So. Wir haben hier alles abgeguckt. Es ist nichts mehr von der dunklen Brut hier von Kaelin zu finden. Und ich sage, wir gehen jetzt mal weiter. Ja. Ich sage, wir gehen jetzt mal weiter. Und da hinten auch noch. Oh, und da hinten auch noch. Ich sage, wir gehen jetzt mal weiter. BAM! 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 Nichts, was mich interessiert. Hallo, wir sind zurück. Granat. Wir siegen erstmal die ganzen Leute hier. Hallo, da. Hallo, was soll das? So, wir tischen. So, wir sind zurück. So, wir sind zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich kümmere mich um dich hier. Na komm. Niemals hat die Brüste, oder? Niemals hat die Brüste, oder? Dort oben, der Turm von Ishar. Ishar, also los. Wir sind im Turm von Ishar? Armbrust. Lederhelm. Schuppenrüstung. Ich habe mich noch ein Portion. Falls mir so entgangen sein sollte. Absagen. Säurefläschchen. Ich will hier nichts entgehen lassen. Mann, ich mag ja alles zu erkunden. Was haben wir hier? Wie ihr meint. Kriegachs, der Dunkeln, Brut. Oh, lass mal zwei Kistchen. Eispfeil. Betrachtet ist als erledigt. Streitfolgen. Der Turm von Ishar. Da, wo alles angefangen hat. Was macht ihr denn, Alistar? Wie ihr meint. Menschenskinder, was macht ihr denn? Ihr solltet nicht spielen. Weltkarte. Oh-oh. Oh-oh. Ein bisschen Nagi auf dem Bein. Na ja. Na ja. Ne, ich weiß nicht, wie er aufhört. Dämonen-Sekret. Der hat... Ne, der hat nix. Ist hier was? Nein, hier ist auch nix, sondern. Okay, da ist eine Kiste. Okay. Und dann gehen wir mal weiter zum Turm von Istar. Und dann gehen wir mal weiter zum Turm von Istar. Und dann gehen wir mal weiter zum Turm von Istar. So. Okay, jetzt ist Frustpanzer. Okay. Okay. Na los. Jawohl, ein Level auf. Um noch stärker zu sein. Ja, so ist es richtig. So, was haben wir denn da jetzt für alles für Gegenschinde? Kaylens Handschuhe. Kaylens Beinschienen. Kaylens Brustpanzer. Kaylens Schild. Was fehlt. Was fehlt denn noch? Ehm... Sein Herr Russen befindet. So viel kämpfen, Mann. Und ein Ogre. Ja, super. Au. Au. Na, auf die ein Dammer anzugreifen. Boah, Alistar. Gut gemacht. Der Turm ist völlig eingestürzt hier. Der Turm ist völlig eingestürzt. Hä? Achso. Wer landet? Oh je. Ach. Der Turm ist völlig eingestürzt. Nein, na. Nix. Nein, du. Alter, von Schönei. Oh Gott. Wir haben alle besiegt schon. Cool. Dolch. Langbogen. Was haben wir hier? Nugalhammer. Hm, hier ist nichts. Wir sind passiert. Oh, er ist in dieses Loch und hinunter in die Tiefe. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen müssen, wohin es wird. Sehr schön. Echt nicht? Echt nicht? Betrachtet es als erledigt. Kurzbogen. Ich habe eine kredierte Tür. Wird erledigt. Das ist von was? Von anderen Seite war es geht. Ah, okay. Und dann müssen wir wieder runter, lieber Alistar. Nase zu und reinspringen. Und von mir aus kam die dunkle Brut durch den Turm rein. Dachte ich es mir doch. Schwere Flanken. Oh, nehme ich mit. Oh, verdorben Spinner. Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen. Das sagst du so leicht, Mädel. Jetzt komm rein da. Hier ist nichts. Hm. Als ich damals gespielt habe, die Rückkehr nach Ostagar, habe ich immer gedacht, ich würde hier Duncan treffen, der zur dunklen Brut geworden ist. Was? War das nicht auch so? Ich glaube, es war auch so, dass es so etwas gibt, oder? Komm schon. Das kann ich jetzt nicht. Oh. Was noch? Da. Axt, ne. Ah, boah. Das hab ich lieber erschrocken. Alter. Mann. Hallo? Was gehst du noch? Oh Gott. Boah. Hab ich mich jetzt erschrocken? Boah. Wenn ich eins hasse, dann ist das auch noch verderbte Spinnen, ey. Wer kommt da? Die dunkle Brut Wohin willst du? Hey, was soll das? Warum ist der jetzt extra zurückgelaufen? Um dennoch in nichts in den Taschen zu haben. Oh, was war das denn? Wohin wollt ihr? Kommt sofort wieder zurück, ihr Feiglinger. Nichts mehr, ne? Ich bin nicht mehr, ihr Feiglinger. Ich bin nicht mehr, ihr Feiglinger. Ich bin nicht mehr, ihr Feiglinger. Danke, sie dich... Oh nein, noch mehr spinnen. Oh... Ich hatte spinnen. Danke, sieh. Hey! Lasst mich in Ruud um den Feig. Hälft ihr immer der alten Dame? Ich bin so ekelhaft mit ihrem Beinchen. Ich speichere mal zur Sicherheit bis hierhin. Ich habe keinen Bock, es ist immer neu zu machen. Ich bin so ekelhaft mit dem Beinchen, ich bin so ekelhaft mit dem Beinchen, ich bin so ekelhaft mit dem Beinchen. Mit Duncan's Waffen erschlagener Ogre ist wieder auferstanden. Nein. Das ist der Ogre, den Duncan geschützt hat. Manchmal aufhören, mir ein paar Füße zu geben. Lass mich los! Jawohl! Alles klar! Ah, da sitzt sie irgendwo. Oh nein, der ist noch hier. Ah! 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 Er ist geschafft. Ah! 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 Oh, Wellen! Ah! alt werden nein nur ich mein lieber du durchtriebenes bies sind wir genau an dem ort wo die schlacht hätte eigentlich mit uns stattfinden sollen kann ich hier auch von irgendwie natürlich wieder unten ich glaube alles da die rüstung tragen kann er kann es noch nicht tragen bin fettig benötigte stärke jeder stiefel weg dann ist schade was können wir denn jetzt noch machen hier noch ausdrücke das heißt wir müssen zur helens gleiche zurück aber das machen wir erst in der nächsten folge bleibt mir gewogen und bis morgen ciao wow so 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 so